Palim, Palim, guten Morgen Deutschland, es ist wieder mal ein wundervoller Tag im nützlichen und produktiven Leben des Rainer Ernst. Es ist noch dunkel draußen, aber der Berufsverkehr rattert und rauscht da hinten schon an mir vorbei. Ja, geht nur, geht nur, schuftet nur, ihr kleinen fleißigen Bienchen, schuftet für euren Onkel Rainer. Führt ein nützliches Leben und erwirtschaftet irgendwas, damit ich hier sitzen und mir das hier ausdrücken kann, um irgendwelche geistigen Ergüsse zu produzieren. Wisst ihr, was ich total abgefahren finde? Ich habe in letzter Zeit häufiger mal einen Traum. Es ist jetzt nicht so direkt ein Albtraum, es ist eigentlich gar kein Albtraum, weil er nicht mit negativen Emotionen verbunden ist. Aber irgendwie fahre ich die ganze Zeit Auto und irgendwann dazwischen werde ich so müde, dass ich meine Augen nicht mehr aufkriege. Und irgendwie fahre ich durch irgendwelche engen Gassen und und so weiter, aber ich kriege meine Augen nicht auf. Ich brauche keinen Unfall. Das ist alles gar kein Thema. Ich komme sicher an, aber ich kriege meine Augen nicht auf. Wer mit dem Traum deuten kann, der kickt von mir 100 Gummipunkte. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu Gary820. Der sagt, jeder dieser Critical Race Theory Fanatiker gehört gecancelt. Großes Neues, Rainer. Ich habe ja schon mal die Theorie, diese NKBD-Theorie erklärt. Sagen wir mal, irgendwo in Moskau seiner Zeit demonstrieren irgendwelche Leute gegen den Staat. Dann sind es immer irgendwelche bourgeoisen Agenten einer Weltverschwörung. Das war einfach so. Im Kommunismus war das so. Also in diesem harten Stalinismus. Es gab ja auch eher so, ja, den guten Kommunismus kann man nicht sagen. Aber sagen wir mal, der jugoslawische Kommunismus, der war nicht so abgedreht. Nicht, nicht, nicht in dieser Form. Aber dort war das halt so. Also du bist Agent einer bourgeoisen Weltverschwörung, die nichts anderes plant als den Sturz des großen Vorsitzenden Stalin. Das ist Gesetz. Es spielt keine Rolle, was du machst. Das ist Gesetz. Und wenn da jetzt, sagen wir mal, du als normaler Bürger, du marschierst dort aus unerfindlichen Gründen mit oder du bist auch nur zufällig in der Nähe und läufst in die gleiche Richtung, dann gibt es bestimmte Leute, die beobachtet der NKBD, weil er schon weiß, dass die Einflussagenten, so in Anführungszeichen, so mäßig des Bösen sind. Und du bist jetzt auch irgendwie dabei. Dann kann es zum Beispiel passieren, dass sie dich zur Abschreckung catchen und dann fragen sie dich, warum warst du da? Was machst du hier? Ja, so, ich habe das schon davon gehört, dieses Bestrafe ein, erziehe 100 Prinzip von Mau. Dann fragen sie dich das und egal, was du antwortest, ja, ich bin ein besorgter Bürger. Wie, du bist ein besorgter Bürger? Es gibt keinen besorgten Bürger. Du bist ein Einflussagent der Bourgeoisen, Kapitalisten und Weltwertsteuerung, sonst wärst du nicht dir. Du kannst kein besorgter Bürger sein, es gibt überhaupt keine besorgten Bürger. Oder du sagst, ja, aber ich war doch nur einkaufen. Ja, das ist natürlich ein perfiler Bourgeoiser-Trick, um deine Verderbtheit und deine Verrohung zu beschönigen und es irgendwie schönzureden. Dann bist du, wenn du so kommst, dann bist du der Schlimmste von allen. Versteht ihr? Dann bist du der Obernazi. Und egal, was du sagst, egal, was du sagst, wenn sie dich einmal auf den Kieker hatten in dieser Form, weil sie dachten, dass du irgendwas damit zu tun hast. Ich meine, normalerweise bist du ja wahrscheinlich wirklich irgendwie unzufrieden mit dem Regime, wenn du dabei warst. Ist ja auch gar keine Frage, dass du das so hast, aber es läuft immer darauf hinaus, dass dir alles, egal was du tust, das wird hier alles ausgelegt als irgendwie Agitation gegen den Staat. Je geschickter deine Ausrede ist, also, oder sagen wir mal, je, ja doch, je besser deine Ausrede funktioniert, desto gefährlicher wirst du in Wahrheit. Und so ähnlich ist es bei der Critical Race Theorie. Der springende Punkt ist, diese Theorie ist auch in Deutschland bei vielen Eliten angekommen, aber niemand hinterfragt sie so wirklich, weil es darauf hinausläuft, dass jeder, der irgendwie, wenn ich jetzt bei Cibo vorbeilaufe, und ich bin genervt von politischen Botschaften, ich bin genervt davon, dass ich zum Beispiel, wenn ich in Montenegro an einem Laden vorbeilaufe, dann ist der Pappaufsteller oder das Plakat, was dort im Laden hängt, das sind ganz normal irgendwelche einheimischen Models aus Serbien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, irgendwo vom Balkan. Wir sind auf jeden Fall eher weiß, manchmal ist auch ein etwas, ein Kurtenmoslem dabei, so nach Motto, aber es ist ungefähr in dem Umfang, in dem es auch irgendwelche Muslime auf dem Balkan gibt. Dann komme ich hier nach Deutschland und sehe die ganze Zeit irgendwelche People of Color. Und egal, was ich sage, egal unter welchem Vorwand ich mich beschwere, ich bin immer ein Rassist und immer ein Nazi. Ich bin sowieso ein Nazi. Egal, was ich mache, ich bin ein Nazi, ich bin ein Rassist, ich bin ein Antisemit, ich bin ein Putin-Troll. Aber es hängt immer davon ab, was für ein Thema es gerade ist. Wenn es irgendwas mit China zu tun hat, dann bin ich ein chinesischer Agent, dann soll ich doch bitte nach China gehen. Und wenn ich irgendwie sage, dass ich keinen Hass gegen Putin habe oder gegen die Russen, dann bin ich ein russischer Agent. Oder wenn ich keine Türken hasse, dann bin ich ein türkischer Agent. Ich bin immer ein Agent. Egal, was passiert, ich bin immer böse. Es läuft immer darauf hinaus, dass ich böse bin und nichts anderes. Das Einzige, was du tun kannst, ist im Endeffekt dafür sein. Mitlaufen. So wie beim Führer damals. Einfach nur mitlaufen. Guckt euch nochmal den Fall mit dem Bonhoeffer an. Was der Bonhoeffer wirklich gepredigt hat. Was er wirklich gepredigt hat am Anfang. Er war einfach nur dafür, dass man keine Pogrome, also es fing damit an, dass er gepredigt hat, bitte lasst eure jüdischen Nachbarn in Ruhe, belästigt nicht irgendwelche jüdischen Hausfrauen beim Einkaufen, beschmeißt ihre Kinder nicht mit Steinen und so weiter. Und daraus wurde, dass er ein Einflussagent der zionistischen Weltverschwörung war. Bonhoeffer wurde am Ende hingerichtet dafür. Und Weiße Rose, kennt ihr doch bestimmt auch das Beispiel. Was hat denn die Troller da gemacht? Eure Vorzeigedeutsche, die hat Flugblätter verteilt, wo sie für Pazifismus aufgerufen hat. Versteht ihr heute? Sophie Scholl würde heute wahrscheinlich wegen Z-Propaganda mit irgendwelchen Geldstrafen überzogen werden, bis zum geht nicht mehr. Es spielt gar keine Rolle, was sie gemacht hat. Sie ist ein Einflussagent des Bösen. Und das ist bei der Critical Race Theorie, ist es genau dasselbe im Endeffekt. Das ist ein Wiedergänger des Totalitarismus. Weil sowieso alles, was du machst, alles was du tust, egal was es ist, es gibt gar kein Argument, außer das Argument, dass du sowieso ein Rassist bist und dass ein latenter Rassismus dir immanent ist. Versteht ihr so, wie im Dritten Reich der Jude die Wurzel allen Übels, alles Böse auf der Welt, es haben irgendwelche Juden verbrochen, es kann gar nicht anders sein. Selbst wenn ein Jude hingeht und irgendwie anfängt, Hilfsgüter zu verteilen irgendwo am Arsch der Welt, dann ist es nur ein Trick einer jüdischen Weltverschwörung, die nichts anderes zum Ziel hat, als einen auf die Guten zu machen, um es dir dann aber trotzdem reinzuwirken. Ihr müsst mal so bedenken, dieses Ding hat funktioniert in der kommunistischen Welt. Dieses Ding ist mir extrem unsympathisch, weil das ehemalige Jugoslawien auch irgendwie als Blockfeierstaat, man wollte sich ja nicht vereinnahmen lassen vom Stalinismus, die Sowjetunion war dann auch nicht mehr so, also so war sie ab den 70er Jahren dann nicht mehr. So war sie unter Stalin, stellenweise war sie noch unter Khrushchev, dann begann ja der Rückbau dieser totalitären Form. Sagen wir mal, ab Mitte der 70er war die Sowjetunion dann auch darauf ausgelegt, zu überdauern und nicht mehr darauf ausgelegt, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber trotzdem gab es einen eingebauten Beißreflex, bitte versteht mich ein bisschen, gab es einen eingebauten Beißreflex im ehemaligen Jugoslawien, wir haben keinen Bock auf diesen Scheiß. Versteht ihr, wir haben auch keinen Bock auf diesen Scheiß und ich habe auch heute keinen Bock auf diesen Scheiß. Weil bei der Critical Race Theorie, versteht ihr, ich bin sowieso egal, was ich mache. Wenn ich nicht bereit bin, meinen Arbeitsplatz zu räumen und irgendwie der Sklave von irgendwelchen Trollers zu sein, dann bin ich ein Antifeminist, dann bin ich ein Macho, ein toxischer Macho und so weiter. Ich bin es sowieso. Versteht ihr, das ist das, was ich neulich auch versucht habe, irgendwie bei meiner Sendung, reiner Ernst ist ein toxischer Patriarch, ich bin sowieso ein toxischer Patriarch. Sobald ich irgendwo bin und mich irgendwie für irgendwelche Rechte, für irgendwelche Rechte stark mache, von mir. Versteht ihr, weil, sobald ich nicht bereit bin, grenzenlos mein Portemonnaie zu öffnen, mich grenzenlos unterzuordnen und zu allem Ja und Amen zu sagen, bin ich sowieso böse. Das liegt in der Totalitarismus-Theorie begründet. Und wie gesagt, jetzt hast du dieses Critical Race Theory, hast du jetzt so eine Art Totalitarismus auf der Grundlage des Weißseins. Aber, versteht ihr, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock, ich bin sowieso schon mein Leben lang immer, immer irgendwie der Böse gewesen. Für die Braunen bin ich der böse Ausländer und für die Roten bin ich der böse Braune, weil ich nicht rot genug bin und für die Totalitaristen bin ich als Jugo ja sowieso böse. Ich hab ja Marx, den Deutsch, in den Rücken gerammt. Was ich alles getan habe, ist das unglaublich. Und jetzt bin ich auch noch ein Rassist. Nee, danke, tut mir leid. Oder beziehungsweise, wisst ihr, wenn du halt in diesem Kontext, aus diesem Kontext kommst und gar keine Freiheit in diesem Sinne so wirklich dauerhaft erlebt hast, dann bist du irgendwann, ja, dann hast du irgendwann Eier aus Edelstahl. Ihr werdet bankrott gehen an eurem eigenen Totalitarismus. Weil wisst ihr, das Blöde beim Totalitarismus ist folgendes. Du kannst im Endeffekt sehr gut Leute damit einschüchtern. Aber ab einem bestimmten Punkt, wenn, und der ist in Deutschland meiner Meinung nach schon überschritten, ist der Untergang des Totalitarismus schon absehbar. Also ist es schon unumkehrbar, weil es genügend, wenn es, es muss nur genügend Leute geben, die einfach keinen Bock haben. Es gibt so Theorien, dass der Staat sowieso nur eine bestimmte Anzahl, die Antonio-Madeo-Stiftung, kann vielleicht irgendwelche Promis einschüchtern. Aber du hast ja heute schon, es gibt mittlerweile so viele Kanäle im Netz, die irgendwie rechts, rechts, Nazi, Nazi, Nazi sind. Da ist der Antonio-Madeo-Stiftung einfach nicht genug Mitarbeiter. Denen wurde ja jetzt die Finanzierung teilweise gestrichen. Ja, ich weiß nicht, wie tief George Soros in die Tasche greifen kann. Aber es ist ja auch alles Nazi, alles Nazi. Die Vorstellung, dass es irgendwelche NGOs gibt, die uns politisch beeinflussen, weil Nazi, alles Nazi, 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 hier sind alle Nazis. Ja, jetzt kommen wir hier zu John Smith. Ende wieder zu geil, jetzt wird schon aus Verdacht gecancelt. Ja, aber guck mal, John Smith, der springende Punkt ist, sie canceln ja auch in weiten Teilen aus Verdacht. Verstehst du, es kann sein. Beziehungsweise anders gefragt, denkst du wirklich, dass ein Bhakti und ein Vodak irgendwelche Psychopathen waren, die dich davon abhalten wollten, dich mit gesund machenden Vakzinen zu impfen, mit dem Ziel, möglichst viele Menschen umzubringen? Denk doch mal, verstehst du, denk doch mal, dass die Apologeten der Critical Race Theory, was die so unterstellen, ohne es zu unterstellen. Oder denkst du wirklich, dass zum Beispiel ein Till Lindemann es darauf angelegt hat, möglichst viele Frauen in seinem Leben zu vergewaltigen? Dass er irgendwie wirklich, 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 ich meine, dass es vielleicht bei seinem Konsum an jungen Frauen, die er im Leben hatte, hier und da auch mal welche gab, wo Lindemann die Situation verkannt hat. Und vielleicht weitergegangen ist, als er im Nachhinein sich dachte, oh verdammt, da bin ich vielleicht ein Stück zu weit gegangen. Versteht ihr, wie ich meine? Es kann es gegeben haben, mag alles sein. Aber jetzt die andere Frage, meinst du, dass es nicht auch irgendwelche, dass es nicht genauso irgendwelche Frauen gab im Leben von Lindemann, die ihn finanziell ausbeuten wollten? Verstehst du, glaubst du, dass es mehr Frauen gab, wo Lindemann vielleicht die Situation ein bisschen verkannt hat, als Frauen, die ihn ausbeuten wollten? Glaubst du das wirklich, wirklich, glaubst du wirklich, dass Putin im Führerbunker des Kremls sitzt und seinen Bleistift spitzt und sich ausrechnet, ach, noch 582 Tage, bis ich in Lissabon einmarschiere? Glaubst du das wirklich, wirklich? Das ist das. Im Endeffekt ist das alles ein Gelaber und ein Rumgecancelt. Ja, so eine Art Panik. Es ist wie so eine Panikblüte. Es ist so ein Panikgecancelt. So wie bei Stalin, der sich immer mehr Feinde gemacht hat im Laufe seiner Regierung. Und irgendwann da saß und so nach dem Motto, wen ich heute kann deportieren und in den Gulag schicken, den muss ich nicht morgen in den Gulag schicken. Wen ich heute ausrotten kann, den muss ich morgen nicht ausrotten. Was ich, versteht ihr, was ich heute verhaften lassen kann, den muss ich morgen nicht verhaften lassen. Oder ein Sträfling in Ehren kann niemand verwehren. Und so weiter. Das soll doch auch einen deportieren und hinrichten. Versteht ihr, ich bin der festen Überzeugung, dass, sagen wir mal, es eine große Quote von Leuten gab, die Stalin hat deportieren lassen, die wirklich gefährlich für ihn waren. Das kann ich halt nicht so gut beurteilen im Detail. Das wird wahrscheinlich auch nie, nie wirklich im Nachhinein geklärt werden. Aber es gab mit Sicherheit auch nicht wenige, die hat er einfach mal auf Verdacht gecancelt. So nach Motto, ich könnte sie canceln, ich könnte es auch sein lassen. Das ist eben der Unterschied zwischen einer Open Society und einer totalitären Society. Die totalitäre Society, es gibt doch diese Monro-Doktrinen, dass zum Beispiel die USA sagen, es ist gefügigst diese Monro-Doktrinen. Die gibt es auch schon seit, keine Ahnung, ich glaube seit dem Ersten Weltkrieg oder so. Das, wenn es ein Land gibt, wo nur eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieses Land die USA irgendwann bedrohen oder angreifen können. Das impliziert, dass wir da eine schlechte Menschen glauben und dass wir gar nicht, überhaupt nicht, irgendjemandem die Chance lassen, sich zu bewähren. Dass wir, so was wäre ein Tauwetter. In dieser Mentalität, aus dieser Mentalität heraus, wäre so was, wie Brandts Ostpolitik, gar nicht möglich, weil ja Brandt davon ausgegangen ist, dass eine Entspannungspolitik ja auch den Gegner verändern würde. Ihn auch verändern würde in der Form, dass er selber sich entspannen und relaxen würde. Aber ab einem bestimmten Punkt, das ist auch die Wahrheit, versteht ihr, ab einem bestimmten Punkt fing Putin an, sich nach innen abzuschotten, genauso wie wir anfingen, gegen ihn Politik zu machen. Ja, aber er könnte doch eines Tages. Versteht ihr, und jetzt ist es so, Putin ist jetzt in der Ukraine einmarschiert. Jetzt wird so getan, als ob wir gar keinen Beitrag dazu geleistet haben, als ob Putin das schon immer geplant hat und nie was anderes wollte, als ob die ganze Zahl, als ob die ganze Entspannung seit 1975 falsch war. In der Logik dieser Totalitarismustheorie ist das so. Da ist es so, da gehst du am besten los und tötest gleich alle. Versteht ihr, das ist auch ein Stück weit. Guck mal, dieser Trailer da mit dem Cancel, die Cancel Culture. Im Endeffekt, diese Claudine Gay, die ist wahrscheinlich wirklich gecancelt worden, sie ist gecancelt worden wegen Israel. Sie ist nicht gecancelt worden, weil sie wegen Critical Race Theorie, sie ist gecancelt worden wegen Israel. Ich denke mal, man hätte auch, also so wie ihre angeblichen Plagiate, weil versteht ihr, ich kann immer irgendwelche Zitierfehler finden und ich kann immer sagen, das war ganz schrecklich, ganz ehrlich, ich glaube gar nicht. Ja, okay, es kann natürlich sein, dass sie eine Blenderin war und dass sie über irgendeine Quotenregelung nach oben gerutscht ist, das kann ich nicht wissen, aber ich kann auch nicht das Gegenteil wissen. Ich kann das eine glauben, ich kann das andere glauben. Das hat aber sehr viel mit meinem Mindset zu tun. Nur wisst ihr, oder weißt du, John Smith, ich möchte nicht leben in so einer Welt. Versteht ihr, ich habe noch mein halbes Leben vor mir, so nach dem Motto, sagen wir mal, ich habe jetzt noch so viel Lebenserwartung vor mir, die gut sein wird, wenn ich keine irgendwie krasse Krankheit bekomme oder sonst was. Ich möchte den Rest meines Lebens nicht so verbringen. In einer totalitären Gesellschaft, in der ich mich irgendwie die ganze Zeit ducken muss und in der ich immer unter dem Verdacht stehe, unter dem vermeintlichen Vorbehalt, ich könnte irgendwie böse und gegen irgendwas sein. Ich könnte ein Rassist sein. Vielleicht habe ich ja wirklich irgendwelche Vorurteile, aber ihr müsst folgendes bedenken. Die europäische Aufklärung, der Liberalismus, die Freiheit, die Demokratie basiert ja auf dem Humanismus. Der Humanismus besagt, dass ich bei der Bewertung anderer Menschen ihre Fehler verzeihen soll oder sagen wir mal, dass ich ihnen ein bestimmtes Maß an Fehlern auch irgendwie zubilligen muss, dass ich in den Spiegel, dass ich in ihnen einen Spiegel meiner selbst betrachten, selbst sehen soll, dass ich selber ja auch irgendwelche Fehler habe. Es gibt mit Sicherheit genügend Weiße, die irgendwelche Vorurteile gegen diese oder jene Menschen haben, aber genauso habe ich auch schon erlebt, dass ich das Gefühl hatte, dass irgendwelche People of Color Vorurteile gegen mich haben. Ist das wirklich eine bessere Welt, wenn jetzt jeder die Fehler des anderen maximal, maximal, maximalisiert, so nach dem Motto, und seine eigenen irgendwie als Folge von irgendwas betrachtet? Versteht ihr? Weil das ist doch der springende Punkt. Stalin war ja wirklich ein Diktator und er war ja wirklich ein krankes Schwein. Es gab auch wirklich Gründe, ihn durch einen Attentat zu beseitigen. Versteht ihr, wie ich meine? Natürlich hatte Stalin aus einem gewissen universalistischen Ansatz heraus das Recht, am Leben zu bleiben und sich gegen seine eigene Wegputschung zu wehren. Aber genauso gab es Gründe, ihn wegzuputschen. Versteht ihr? Wenn du dann am Ende in einer Welt lebst, die totalitaristisch ist, wo du jeden auf Verdacht kennst, ist, ist das wirklich die Welt, in der du leben willst? Und ganz ehrlich, ich sag dir eins, also ich für meinen Teil, werde alles, wo ich denke, da hat sich die Vogue-Ideologie im Management von dieser Firma ausgebreitet. Da sitzen irgendwelche Hardliner, die werde ich canceln. Wie gesagt, das reicht schon bei mir, dass ich hier im Einkaufszentrum an der Chibo-Filiale vorbeilaufe und ich sehe immer wieder irgendwelche People of Color, die glückliche, kaffee-trinkende Chibo-Couten sind, dann kennst du nicht Chibo. Warum darum? Ja, aber Rainer, das kannst du doch gar nicht beweisen. Ja, aber es spielt keine Rolle. In der Welt, es gab diesen deutschen Philosophen, Max Weber hieß der, glaube ich, der hat das mit dem Gesellschaftsvertrag formuliert, das Konzept. Und sowas war normalerweise so sehr eingesickert in das Selbstverständnis der deutschen Gesellschaft, dass sich heute keiner mehr Gedanken darüber gemacht hat oder macht. Aber ich habe ja auch Politikvorlesungen, Politologievorlesungen damals besucht. Und normalerweise gehst du als Bürger davon aus, dass du dem Staat trauen kannst. Der Staat ist nicht gegen dich. Versteht ihr? Das war ja nicht immer so. Das war ja vor der französischen Revolution war es ja so, du und die Obrigkeit. Und das Volk war gegen die Obrigkeit. Das ist ja der Klassenkampf, der ja, sagen wir mal, erst überwunden werden sollte nach der, nach der kommunistischen Revolution auch im Osten. Den hatte ja Westeuropa schon überwunden nach der französischen Revolution. Es war die Vorstellung, dass der Staat seinen Bürgern traut und die Bürger auch dem Staat irgendwie trauen. Dass der Bürger den Nutzen und das Wohl des Staates mehrt und der Staat auch irgendwie den Bürger an seinen Fortschritten teilhaben lässt. An diesem Wohl teilhaben lässt. Das ist doch gerade das, wonach ihr Allmänner euch sehnt. Das ist die bessere Gesellschaft, die ihr hattet. Das ist gar keine Frage, dass ihr sie hattet. Und jetzt auf einmal kündigt euch der Staat. Genau dieses Konzept hat euch die Obrigkeit. Es ist noch nicht mal der Staat, es sind irgendwelche Eliten, die im Sinne einer bestimmten totalitären Ideologie unterwandert sind. Das ist die Zeit, in der du heute lebst. Und ganz ehrlich, wenn der Staat diesen Gesellschaftsvertrag oder sagen wir mal diese Eliten ihn so gekündigt haben, in dem Sinne, dass ich ein Nazi bin auf Verdacht, dass ich ein Rassist bin auf Verdacht, dass ich irgendwas bin auf Verdacht. Ja, dann sind sie auch irgendwas auf Verdacht. Versteht ihr? Dann cancelt, bevor ihr gecancelt werdet, so nach dem Motto. Ganz einfach, das ist für mich absolut logisch. Ja, dann sagt Otto von Plünderberg, grauenhaft, was für Leute sich Doktortitel am Mogeln und universitäre Karriere machen. Ja, aber weißt du, Otto von Plünderberg, ja, ich habe als ehemaliger Jugosabe, ich habe das, das habe ich auch erlebt, wie das damals war, zum Beispiel, im ehemaligen Jugosabien irgendwelche Spitzenämter zu begleiten, brauchtest du eine gewisse, eine gewisse Herkunft. Also, sagen wir mal, der Präsident von Serbien war lange Zeit, durfte kein Serbe sein. Oder, er musste irgendwie aus einer Mischehe sein. Er hatte einen serbischen Vater und eine kroatische Mutter. Der Präsident von Bosnien wiederum, weil die Serben nicht die größte Volksgruppe waren, der durfte wiederum ein Serbe sein, auch aus einer Mischehe. Und zwar die ganze Zeit waren das so irgendwelche merkwürdigen Konstellationen, die vermeintlich eine gewisse Gerechtigkeit suggeriert haben. Das ist ein bresiger, linker Bonzenstaat in seiner Endphase, der versucht, gewisse, gewisse Formen von sozialer Gerechtigkeit in irgendwelchen Kadern zu zelebrieren. Aber, in Wahrheit, beschäftigen sich diese Kader mit sich selber. Denk nach, Otto von Plünerberg, du bist ein kluger Mann, ihr seid alles kluge Zuschauer. Denk nach und ihr werdet mich verstehen. Ja, dann, Retro-Mann Nostalgia, sehr geil, hab gut gelacht, als du unser Kind erwähnt hast. Ja, das ist ein Running Gag wegen der Umfrage, die ich da gemacht hatte. Ich find's gut, dass es dich nicht stört. Ich finde immer wieder, dass Politikkanäle von den betablierten Parteien und Politikern total abstinken. Ja, ist ja auch so. Aber guck mal, ihr müsst mal so überlegen. Ich hab ja das Beispiel mit Karl Lauterbach gebracht. Versteht ihr? Karl Lauterbach hat vielleicht bei X 3000 oder lass es von mir aus 6000 echte Follower sein. Der Rest folgt ihm, weil es entweder gekauften Follower sind oder weil es Leute sind, die ihn hassen und sehen wollen, was Lauterbach schon wieder für einen Bullshit postet und weil du ja bei X keine Disseics drücken kannst. Aber ich bild mir ein, wenn ich Gesundheitsminister von Deutschland wäre, dann hätte ich mehr Follower als Lauterbach. Du, jeder, wenn du zwischen den Zeilen liest, ist Lauterbach und war ja total unbeliebt in Deutschland. Wird aber gleichzeitig, ist von Scholz zum Gesundheitsminister gemacht worden, weil er ja so beliebt in sozialen Medien ist. Also entweder Scholz hat keine Ahnung von sozialen Medien, was ich heute bei vielen denke, dass sie nicht so richtig Ahnung haben, oder es ist einfach eingefädelt von irgendwelchen Eliten, weil Lauterbach der krummste Hund von allen ist. Das halte ich ehrlich gesagt für die wahrscheinlichere Theorie. Ausnahme AfD. Ja, die AfD hat, also ich habe ja die Sendung über Fandom gemacht. Für mich ist die AfD die einzige Partei heute, die bei YouTube ein wirklich großes, starkes Fandom hat. Ihr müsst auch folgendes bedenken. Also ich gehe davon aus, dass 90 Prozent der AfDler, die wirklich AfD wählen, dass die nicht wild klicken bei YouTube. Aber es spielt auch keine Rolle. Aber der Witz ist, ich sehe auch viele linke YouTuber, die mal als linke YouTuber gestartet haben, aber die von dem AfD-Fandom sozusagen in die rechte Ecke gezogen wurden mit ihren Theorien, die sich nicht trauen, irgendwas gegen rechts zu sagen, weil sie dann vom rechten Fandom, vom AfD-Fandom abgestraft werden. Aber ganz ehrlich, wenn du doch schon so weit bist, ich will es keine Namen nennen, ich habe auch, ich möchte nicht die zweite, die männliche Schorioka sein, so nach dem Motto. Aber dann lass doch einfach sein, dann mach doch keinen linken Content, wenn du eigentlich kein linkes Publikum hast. Lass doch einfach sein, so nach dem Motto. Disney ist 100 Jahre alt geworden, wenn ich das nicht letztendlich gehört hätte. Ich hätte gedacht, es wäre ein paar Jahre älter. Nee. Nee, 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 nee. Comics, also Zeichentrickfilm, das erste war ja, glaube ich, Schneewittchen. Hast du doch, oder irgendjemand hatte das geschrieben. Der Film, also der Langfilm, nimmt seine Ursprünge in den 20er Jahren. Davor gab es nur irgendwelche Charlie Chaplin-Sketche, aber ihr müsst euch so vorstellen, der Beginn des Films zum Beispiel, es gab ja diese, diese, diesen Lumière in Frankreich, der hat ja das Kino etabliert in Frankreich zuerst, deswegen denkt man fälschlicherweise, man kann sagen, wesentlichen Beitrag zum Film hatte Deutschland, in Deutschland wurde die Kamera und dieses ganze Ding erfunden. Lumière hat ein Vertriebskino, eine Vertriebskinostruktur entwickelt, wobei das Ganze am Anfang eher so war. Ich habe bei meinem Studium, haben wir damals so die ersten Filme aller Zeiten geguckt, die heute noch erhalten sind. Da gibt es so Dinger wie eine Fabrik bei Paris und da arbeiten 20.000, 20.000 Arbeiter, Männer, Frauen. Und Lumière baut eine Kamera am Tor dieser Fabrik auf und filmt einfach nur die vorbeikommenden Arbeiter. Versteht ihr, es klingt aus heutiger Sicht geradezu absurd. Er filmt die Arbeiter, die nach Feierabend diese Fabrik verlassen, um nach Hause zu gehen. Es kommen irgendwie innerhalb von einer Stunde 20.000 Menschen an dir vorbei und das fanden die Leute damals faszinierend. Oder er filmt irgendwelche Züge, er filmt einen Zug, der in einen Bahnhof einfährt und dann filmt er ihn, wie er aus einem Bahnhof wegfährt, weil viele Menschen irgendwo gelebt haben, wo sie damals noch nie einen Zug gesehen hatten. Oder guckt euch mal, wisst ihr, das ist ein richtig geiler deutscher Film ist, den du dir auch heute noch angucken kannst, der irgendwie faszinierend ist, auch wenn er im Grunde völlig trivial ist. Es gibt Berlin, Symphonie einer Großstadt. Das ist ein genialer Film, der hat damals schon, der ist richtig cool gemacht, der zeigt einfach nur irgendwas in Berlin, irgendwelche Züge, irgendwelche Plätze, also er zeigt keine Menschen, es gibt keine Handlung in dem Sinne, aber trotzdem kann man ihn sich angucken, schau mal rein, schau ihn dir mal zehn Minuten lang am Stück an, du wirst staunen, was Menschen früher gefilmt haben, aber richtige Handlungsfilme. Es gibt, der erste Spielfilm war dieser Film von Sergei Eisenstein, Panzerkreuzer Potemkin, ist doch heute noch eines der bedeutendsten Meisterwerke der Filmgeschichte von 1925. Oder halt, wie gesagt, sowas wie Symphonie einer Großstadt, oder halt Schneewittchen und solche Sachen, 20er Jahre, doch, doch. Wie muss ich bedenken, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass die Sketche von Charlie Chaplin, Charlie Chaplin war ja sowas wie ein Clown, Versteht ihr? Zum Beispiel, es gibt auch heute noch, das ist im Westen aus der Mode gekommen, aber es gibt ja heute noch, zum Beispiel in Russland, gibt es irgendwelche genialen Clowns, die führen irgendwelche, irgendwelche Comedy auf, ohne Sprache, weil es war ja ein Stummfilm. Und Charlie Chaplin war ja auch lange Zeit Stummfilm. Oder, oder, dick und doof hier, Stan Laurel und Oliver Hardy. Das ist im Endeffekt nur sowas wie die filmische Aufnahme eines Sketches, der sonst irgendwo aufgeführt wurde im Zirkus oder im Theater oder im Varieté sozusagen. Das sind die Ursprünge des Films. Nee, ist nicht älter. Wie gesagt, guck mal, wir haben ja jetzt 24. Ja, das sind die, das ist der Beginn. Ungefähr vor 100 Jahren genau gab es die ersten Langfilme. Schneewittchen war ja der erste Langfilm, war der erste Zeichentrickfilm. Die Macher hatten Angst, dass die Leute das gar nicht aushalten, aber es wurde der Megaerfolg. Ja, das wusste man ja nicht. Guck mal, es gab eh voll die lustigen Dinger, wie es gab zum Beispiel die Vorstellung, dass der erste Mensch, der in den Weltraum fliegen würde, sofort sterben würde, wenn er die Atmosphäre verlässt, weil er dahinter des Himmelreiches ist, sozusagen. Er würde dann quasi mit einer Rakete in den Himmel fliegen, anstatt dass er, und so weiter. Ich denke mal, du verstehst, was ich meine. Ähm, Breaking Bad steht auch hoch im Kurs. Ja, Breaking Bad ist ja auch eine coole Serie. Und da ist auch der Abschluss gelungen, was bei Game, naja, also ich habe Breaking Bad auch nur geguckt, bis, ab Staffel 5, ab, abdem sie da diese Fabrik unter dieser Wäscherei haben, fand ich Breaking Bad nicht mehr so geil. Mir haben vor allem die ersten zwei Staffeln wirklich sehr gut gefallen. Ja, die Serie wird danach nicht schlecht, aber, naja, so geil wie die ersten beiden Staffeln ist der Rest nicht. Ähm, Game of Thrones, ja, aber guck mal, damals wurde ja, wurde ja irgendwie im Internet gehypt, dass Game of Thrones die meistgesehenste Serie aller Zeiten ist. Nein, das ist sie nicht. Und Breaking Bad ist es auch nicht. Verstehst du, in Wahrheit sind irgendwelche Trivialfilme, wie ich es schon gesagt habe, die Leute wollen lachen. Keine Ahnung, die Leute wollen gar keine Dramen gucken. Game of Thrones eine der besten Serien ist, ja, aber wie gesagt, es geht ja auch nicht darum, was die beste Serie ist. Das ist doch sowieso eine persönliche Vorliebe, was das Beste ist. Das ist Quatsch, das braucht man gar nicht zu diskutieren, was das Beste ist. Es geht darum, was am meisten geguckt wurde. Versteht ihr, weil irgendjemand will mir ja heute erzählen, dass Vogue und Vogue Kino das Beste Kino ist. Guckt euch mal sowas wie The New World an mit Colin Farrell und das sind eigentlich keine bekannten Schauspieler, aber das zeigt die Besiedlung von Jamestown und den ersten Kontakt zwischen Indianern und Weißen sehr realistisch. Ist auch durchaus sehenswert, aber finde ich nicht so geil wie irgendwelche alten John Wayne Western. Guck ich mir lieber an, ohne Scheiß, weil da habe ich Helden und da habe ich Romantik und da habe ich irgendwelche archetypischen Figuren und so weiter. Nein, tut mir leid. Ich mag Vogue Kino nicht und ich werde es noch nie mögen. Feierabend. Und du magst Erdogan nicht wegen dem, was er den Kurden angetan hat. Ja, das ist alles schön und gut, aber verstehst du, ob ich Erdogan mag oder nicht mag. Darum geht es doch hier in Wahrheit gar nicht. Es geht darum, wenn ich heute anfange, meine revolutionäre Energie, wie es so schön heißt, darauf zu verbrauchen, dass ich im Internet rumlaufe und irgendwie es darauf anlege, Erdogan zu haten und irgendwelche Türken zu haten, die Erdoganhänger sind. Das ist mir zu dumm. Tut mir leid. Das mache ich einfach nicht. Ich fühle mich bedroht von irgendwelchen Ami-Konzernen. Ich fühle mich von Vogue bedroht. Von den Leuten, die die Vogue-Ideologie vertreten, weil unglaublich vieles von dem, was heute irgendwie schiefläuft, nach meinem Gefühl, im Endeffekt, wenn ich dann nachbohre, wer hat das eigentlich in die Welt gesetzt, dann sitzen da am Ende irgendwelche Vogue-Ideologen. Deswegen, nein, lass mich in Ruhe mit Erdogan. Mach dein Ding, hate Erdogan, aber bitte hate es woanders. Lass mich in Frieden mit Erdogan. Ja, komm klar, schäle Kartoffeln. Ich? Kartoffeln schälen? Ich schäle höchstens Gurken. Ich mag Gurkensalat. Gurkensalat mit gutem Schafskäse geht ab. Du freust dich doch, wenn rechte Trolle deinen Kanal entdecken. Aber wieso? Ich mache doch gar keinen anti-rechten Content mehr. Ich freue mich, wenn Gurkensalat und meinen Kanal entdecken. Du lernst gerade Japanisch? Ne, also ja, du lernst nur Japanisch, aber ich werde, werde irgendwas anderes. Also ich, keine Ahnung, ich werde nicht nach Japan auswandern. Das ist mir auch zu Gurk dort. Ich, stell mir vor, in zehn Jahren lebe ich irgendwo in Asien. Aber in einem der BRICS-Staaten, da wo noch Wachstum ist und da wo schöne Frauen noch schön sind und keine Bärte haben und so weiter. Ja, das ist das, was ich mir vorstelle. Und das Einzige, was mir im Moment Sorgen macht, ist, ob ich es schaffen werde, diesen Burken Moloch und dieser, dem vierten grünen Reich zu entkommen oder ob sie mich irgendwie kriegen und ich ein trauriges Ende irgendwo finde als irgendwas, als Bösewicht, als Buhmann eines, ja, naja. Rainer, wie er leibt und lebt, bleibt gesund und macht sie alle rund. Ja, naja, ja, das ist nur ein Nebenthema, ein Nebenkriegsschauplatz. Also was ich jetzt gerne mache oder, oder demnächst machen werde, ist, ich werde meine Hörbücher alle nochmal remaken und mehr Romanes schreiben. Das macht wirklich Spaß. Irgendwelche Leute zu trollen, weil, ja, keine Ahnung, nach mir die Sintflut, so nach dem Motto. Also, ich bin im Moment eher auf dem Trip, dass ich, dass ich flüchte in eine andere Welt. Versteht ihr? Dass ich irgendwo hingehe, nicht, dass ich versuche, Frankfurt zu reinerisieren, sondern, dass ich lieber dorthin gehe, wo, wo die Rheineristen schon sind. Ja, 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 und ihr seht, seht zu, wo ihr bleibt. Ja, tut mir leid, dabei ist halt so. Macht's gut, meine Lieben, macht's gut.